Hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich, wie man eine Animation macht auf CapCut. Als allererstes gehe ich auf 1-1 Tonnen und male das, was ich animieren will, in Layer, damit es sich smooth aussieht. Ich mache, dass es jetzt schnell ist und Musik ab. Musik Jetzt, ähm, nehmt ihr so, also macht ihr so, dass ihr es, ja ihr wisst, schon einspeichert, dass es keinen Hintergrund hat. Musik Jetzt gehen wir auf CapCut und machen, also, nehmt einen Hintergrund. Jetzt machen wir am Anfang immer dieses eine Stern-Ding, keine Ahnung was das ist, damit es, also immer am Anfang, damit es sich bewegen kann überhaupt. Ich glaube, ich kreise es dann ein irgendwo im Schnitt. Ja, was, dann macht ihr es das und dann könnt ihr mal entscheiden, wie es dann sich bewegt. Und, ja, ihr seht selbst. Musik 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 Das ist das Endergebnis und wie findet ihr es? Schreibt es in den Kommentaren und tschüss meine Fixe. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.